Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf dem ID-Kanal. Ihr wisst Leute, es ist Oktober, Leute. Die gruselige Zeit zu Halloween geht natürlich weiter bis Halloween, Leute. Und heute haben wir etwas von Creepypasta Punch und zwar ein neues Video, Leute. Und zwar startet niemals dieses Spiel No Players Online Fluch. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, worum es geht. Aber es soll wahrscheinlich irgend so ein Online-Spiel sein und es soll verflucht sein. Also, schauen wir mal gerne an. Checkt die natürlich gerne aus, Leute. Hier, lasst ein Like da und ich würde sagen, vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren, Leute, damit wir die 90.000 Abos bald schaffen. Let's go! Stellt euch vor, ihr stoßt im Internet auf ein Spiel. Ein Spiel, welches ihr gratis downloaden könnt und welches angeblich schon viele, viele Jahrzehnte alt ist. Ui, also ich muss sagen, das Spiel sieht schon sau alt aus, ne? Das Foto sieht auch aus, als wäre es auf dem Röhrenfernseher aufgenommen worden. Könnte so ein Playstation 1-Zeiten sein. Oder N64. Denn hierbei handelt es sich um ein Spiel, welches eigentlich damals für die originale Playstation rausgebracht wurde. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Playstation-Grafik. Playstation 1. Oder? In diesem Spiel geht es um ein ganz normales Prinzip. Ein Prinzip, welches es häufig in Spielen von damals gab. Und zwar einfach nur Capture the Flag, Team gegen Team. Okay. Es war ein sehr frühes Online-Game. Und ihr kriegt jetzt eben eine Kopie und könnt es ohne Probleme auf eurem PC spielen. Okay. Ja, das wäre krass. Also, ich weiß gar nicht. Playstation 1 hatte ja gar keinen Online-Support. Und Playstation 2 hatte anfangs auch keinen Online-Support. Es kam irgendwann ein Modell raus, das LAN-supportet hat. Das man mit LAN anschließen konnte. Und vielleicht auch mit WLAN. Wofür? Es gab keine Spiele, die das richtig notwendig hatten. Aber auf PC ist immer alles möglich. Wahrscheinlich würden sich viele Leute dies trauen. Doch dieses Spiel, von dem ich jetzt gerade rede, soll angeblich verflucht sein. Beziehungsweise im Inneren des Downloads, im Inneren der Datei, die man herunterlädt, soll eben ein Geist existieren. In diesem uralten Spiel. Alter. Das sieht richtig creepy aus. Das sieht... Alter, das Gesicht, ne? Holy moly. Wenn ich das auf dem Bildschirm sehe. Selbst in schlechter Grafik. Da krieg ich schon wieder Gänsehaut. Da krieg ich schon wieder Gänsehaut. Yeah. Das Spiel, wovon ich jetzt gerade rede, ist No Players Online. Dies ist ein Spiel, welches wir alle uns gratis im Internet downloaden können. Und in diesem Spiel soll eben der besagte Geist existieren. No way. Ich habe mir dieses Spiel in einem Video genauer angeguckt. Beziehungsweise habe es durchgespielt. Dieses Video könnt ihr einmal in der Beschreibung verlinkt sehen. Wow. Dort geht es zu unserem Zweitkanal, wo ganz viele Stream-Ausschnitte und alles mögliche sind. Hier hochgeladen wird. Also wenn ihr darauf Lust habt, klickt einmal in die Beschreibung. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt erklären. Nachdem ihr euch oder bevor ihr euch das angeguckt habt auf dem Zweitkanal. Was genau No Players Online ist. Wenn man dieses Spiel startet, ist erstmal alles relativ normal. Man sieht verschiedenste Server, die man aussuchen kann. Doch eine Sache wird relativ schnell eindeutig. Ähnlich wie man schon denkt, ist niemand mehr online. Also das Spiel heißt No Players Online, weil niemand online ist. Aber was wäre, wenn irgendwann niemand online wäre? Bro, das wäre... Also das ist etwas, was du ja in jedem Spiel siehst, wenn das uralt ist, dass da niemand online ist. Und stellt euch dann mal vor, ihr spielt dieses ganz, ganz alte Spiel und dann ist da irgendjemand online. Wollt ihr in diesen Raum joinen und kennenlernen, wer das ist? Dieses Spiel soll ja auch immerhin viele, viele Jahre alt sein. 20 Jahre, da wird keiner mehr dieses Spiel irgendwie aktiv spielen. Deswegen könnt ihr euch einen der verschiedensten Server aussuchen. Und wenn ihr rauf geht, ist erstmal alles völlig gewöhnlich. Ihr startet bei eurer Flagge und könnt nun über die relativ kleine Map gehen und zu den Gegnern und dort eben die Flagge einsammeln. Euer Ziel ist es, dreimal die Flagge der Gegner zu klauen und zu eurer zu bringen. Ein Ziel, welches nicht sonderlich schwer zu erreichen ist, wenn man eben gegen keine wirklichen Spieler spielt. Doch bereits nachdem ihr die erste Flagge mitgenommen habt, passieren seltsame Dinge. Denn aus dem Augenwinkel, nur ganz kurz, könnt ihr auf einmal eine seltsame schwarze Gestalt sehen. Eine Gestalt, die in der Ferne zu schweben scheint und plötzlich wieder verschwindet. Sie ist so kurz da, dass ihr nicht wirklich erkennen könnt, ob wirklich etwas dort gewesen ist. Ihr macht weiter und bringt die Flagge weg. Ihr hört auch eine gruselige Musik, die von einem Schallplattenspieler abgespielt wird. Ihr geht dann wieder zurück und wollt erneut eine Flagge holen. Doch wieder passieren seltsame Dinge. Auf einmal könnt ihr nicht mehr laufen oder ihr seht erneut eine seltsame, schemenhafte Gestalt, die irgendwo in der Ferne euch zu beobachten scheint. Ey, ich hasse sowas. Ich hasse solche Spiele. Es ist ein Horrorspiel, das damit spielt, als wäre das ein Multiplayer-Game, aber es ist ein Horror-Game. Als ihr dann aber die zweite Flagge aufsammelt, passiert etwas Seltsames. Ihr werdet automatisch umgedreht und seht, wie eine schwarze Gestalt auf euch zufliegt. Eine Gestalt ohne Konturen, nur mit einem seltsamen, gräulichen Gesicht fliegt euch entgegen, während eine gruselige Musik läuft und verschwindet dann. Ihr könnt dann weitermachen und eben diese zweite Flagge zurück zu eurem Ziel bringen, zurück dahin, wo ihr eben hin müsst und dann das gleiche wie immer wiederholen. Doch eben diese schwarze Gestalt, die ihr zuvor gesehen habt, taucht nun schon wieder und viel, viel häufiger auf. Wenn ihr nun aber die dritte Flagge holt, die spielbeendende Flagge und zurückbringen wollt zu eurer, werdet ihr auf einmal aufgehalten und erneut kommt dieses seltsame Wesen auf euch zugeflogen, so als ob es euch töten will. Doch dann kommt eine Nachricht, denn plötzlich schreibt jemand in den Chat, nachdem ihr erst gesehen habt, dass ein seltsamer Spieler hinzugekommen ist. Diese Person, die ihr euch schreibt, heißt John-Dev und es handelt sich hierbei um den Developer des Games, den Hersteller des Spiels, der jetzt gerade mit euch versucht zu reden. Er fängt an, euch zu schreiben und schreibt dann eben Sätze wie, dass wir vorsichtig sein sollen, dass man das Spiel nicht beenden darf, da etwas Grausames gerade passiert. Denn er erklärt, dass in diesem Spiel, in dieser Datei, die wir alle spielen können, ein Geist existiert. Ein Geist, der in diesem Spiel gefangen ist, und zwar der Geist seiner verstorbenen Frau. Seine Frau ist scheinbar verstorben, aber er konnte sie nicht loslassen und hat ein Spiel entwickelt, beziehungsweise ein Spiel übernommen, wo er die Seele der Frau, den Geist drinnen, aufbewahren konnte, so lange, bis er es irgendwie schafft, seine Frau zurück ins Leben zu rufen. Und diese Frau existiert eben auf den Servern. Das Problem ist aber, wenn man die dritte Flagge zurückbringt, zu dem Start, zum Ziel, dann werden alle Server gelöscht und das Spiel fährt herunter. Und das möchte er eben verhindern. Er möchte verhindern, dass es irgendwie passiert, dass man seine Frau löscht. Er will sie ja immerhin wiederbeleben. Man weiß nun also, dass diese schwarze Gestalt, die auf einen Zug kam, die Frau des Entwicklers gewesen ist. Doch entweder verlässt man jetzt, so wie der Entwickler es wollte, den Server, oder man beendet das Spiel. Es können nun folgende Dinge passieren. Nimmt man die Flagge mit und läuft zum Ziel, wird der Dev unten noch in den Chat schreiben, dass man bitte aufhören soll, dass man weggehen soll. Er fleht und bettelt einen an, dass man nicht das Spiel beendet und nicht seine Frau umbringt. Das ist krank, das ist einfach, das ist absolut heftig, ne? Also ich würde schon aus Neugier gerne sehen, was passiert, ne? Aber stell dir vor, da wäre was Wahres dran an dem Spiel. Das ist schon sauheftig. Hauptsache man kann einfach nichts lesen, weil das ist so überbelichtet. Please press escape and shut. Ja, weiter kann ich nicht lesen. Irgendwas runterfahren. Doch es gibt die andere Möglichkeit. Man kann, so wie es der Entwickler sich gewünscht hat, das Spiel einmal verlassen und dann eigentlich ruhen lassen. Doch man kann auch wieder ins Spiel reingehen. Man kann den Server verlassen und sich einen anderen Server aussuchen und dann dort das gleiche Spiel nochmal spielen. Erneut passiert alles so wie beim ersten Durchlauf, nur dass diesmal der Developer euch wieder schreibt. Der Entwickler schreibt euch wieder an und fragt euch, warum ihr wieder zurückgekommen seid. Dass ihr doch gehen solltet. Und joinet dann dem Spiel. Oh. In dem Spiel, wo ihr eigentlich... Oh. Oh. Hohohoho. Oh. Einfach. Er sagt jetzt, Bruder, was machst du hier? Das ist mein... Das ist mein Gebiet. Das ist hier mein Reich. Jetzt komm ich, jetzt mach ich dich fertig. Und einfach in Caps Lock steht da, John Death has joined the game. Let's go, der Smash-Kampf geht los. Wenn ihr wirklich allein gewesen seid, ist nun also auch der Developer, der Hersteller, dort. Ihr müsst ihn nur finden. Und man kann ihn tatsächlich finden, denn er schwebt über einem Punkt auf der Map. Man sieht an einem Punkt sein Auge in der Luft. Ein menschliches Auge, welches einen beobachtet. Dies ist der Developer, der Entwickler des Spiels, der euch jetzt beobachtet und sehen will, was ihr tut. Und euch immer noch anfleht, das Spiel nicht zu beenden. Und jetzt könnt ihr noch die letzte Möglichkeit machen. Ihr könnt einmal eben drauf schießen. Ihr könnt auf das Auge schießen und dann wird euer Bildschirm schwarz werden und ein kryptisches Video wird ablaufen. Ein winziges Video, wo scheinbar jemand irgendeine Geheimbotschaft aufschreibt, die noch nicht entschlüsselt werden konnte. Niemand weiß, was diese Geheimbotschaft bedeutet. Doch nachdem ihr sie gesehen habt, sind alle Server verschwunden. Das bedeutet, dieses Spiel, welches erstmal aussieht wie ein ganz normaler First Person Shooter für die Playstation 1, ist in Wahrheit also ein Spiel, in dem ein Dämon, in dem ein Geist von einer verstorbenen Person lebt, die der Ehemann einfach nicht loslassen kann. Die Frage ist natürlich folgendes. Ist dieses Spiel real? Ist diese Geschichte real? Denn wenn man es so durchspielt, könnte man tatsächlich denken, dass man hier aus Versehen eben auf ein gruseliges Experiment gestoßen ist. In Wahrheit ist dies alles nur ein Indie-Spiel. Eine kleine Entwicklungsfirma hat eben dieses Spiel erschaffen und online zu werden. Wollte ich gerade sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein, sag ich mal, deepes Horrorgame, dass das, also es hat einen Eindruck, als wäre das so wirklich 20, 30 Jahre alt, das Spiel. Aber es ist, glaube ich, ein relativ modernes Spiel, das den Arzt einfach hat. ...Verfügung gestellt. Man kann es sich runterladen und so viel Geld dafür ausgeben, wie man selber für richtig hält und es dann einfach durchspielen. Sprich, dieses Spiel handelt nicht von einer echten Geschichte. Es gibt nicht diese Frau, die in dem Spiel festgehalten wird. Es ist nur ein kleines Spiel, um einem Angst zu machen und eine spannende Geschichte zu erzählen. Was jedoch diese letzte Botschaft auf dem Papier bedeutet, weiß bis heute niemand. Also, wenn ihr dieses Spiel ausprobieren wollt, es gibt das online zu finden. No Players Online heißt es. Und vielleicht schafft ihr es ja, diesen Geheimcode herauszufinden. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Jo, krass. Wirklich krass. Also, mich würde es jetzt aber auch interessieren, ich möchte kurz nachschauen. Ich möchte mal kurz auf dem Zweitkanal von Creepypasta Punch nachschauen, wie, ähm, was passiert, wenn er die letzte Flagge aufsammelt. Und wie das Spiel so läuft. Okay, ah, jetzt meine Facecam verdeckt seine Facecam. Na gut, dann machen wir es jetzt so. Machen wir es mal teilweise so. Es sieht halt einfach wirklich wie ein Playstation 1 Spiel aus, ne? Sieht halt wirklich so aus. Ah, es sieht... Oh mein Gott, ich habe gerade diese Kreatur gesehen. Habt ihr gesehen, was da eben stand? Er hat noch nicht mal eine der Flaggen abgegeben. So, jetzt hat er eine Flagge abgegeben. Oh. So, die zweite sammelt er jetzt gleich auf. Mal gucken, was passieren wird. Meins dreht sich direkt um. Okay, da ist die Flagge. Alter, das Spiel sieht richtig creepy aus. Also, für ein Online, sag ich mal, Online-Game. Was? Da ist jemand im Spielball getreten. Und jetzt seht ihr das Dollarzeichen UX. Oha. Was war das? Ich schau mal gerade drüber. Behind you. Das Ding kommt näher. Ich kann nicht so fragen, warum kann ich jemand nicht schießen, wenn der da ist. Das Teil kommt näher. Oh mein Gott. Alter. Das ist der Death des Spiels. Alter, ey. Ich finde das richtig creepy. Ich will wissen, was passiert, wenn er die Flagge abgibt. Ah, da ist er rausgegangen. Weil das ist das Ende, welches am wenigsten cool ist. Deswegen werden wir tun, was er sagt. Ah, okay. Aber wird er das einmal machen, oder wird er es nicht einmal machen? Ah, hier ist es mit dem Zettel, ne? Hier ist er ins Auge geschossen. Ich tue, was die Zuschauer wollen. Und das bist nicht du, Johnny Boy. Alter. What the hell? Okay, was wird denn da gezeichnet? Man kann es nicht erkennen. Squid Game. Äh. Pulsmessgerät. Irgendwas. Man sieht es nicht wirklich. Kein Jumpscare. Ich glaube, das war tatsächlich... Okay. Okay, jetzt werden wir sehen, was passiert, Leute. Schieß zweimal, wenn du das lesen kannst. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Ich will wissen, was jetzt passieren wird. Oh mein Gott, Leute. Wird jetzt ein Jumpscare kommen? Ich weiß nicht, wir werden es jetzt sehen. Alter. Oh mein Gott. Geh nicht ins Licht. Geh nicht ins Licht. Stop it. Get some help, please don't. Oh. Oh. Alles weg. Oh. Connection lost. Man wird gar nicht gekickt vom Death. Man schafft es tatsächlich, die letzte Flagge zu deliveren. Okay, also wir haben jetzt seine Frau umgebracht. Schade. Schade, Leute. Was soll man machen? Okay, Leute. Dann würde ich aber an der Stelle sagen, ey, nices Spiel. Übrigens gutes Video von Creepypasta Punch. Sehr atmosphärisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Checkt ihn natürlich unbedingt aus. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht gerne, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei einem weiteren Video. Haut rein, Leute. Und ciao.